Wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das hier für ein Mist? Na super, hättest du ja auch mal was passableres aussuchen können als das hier. Na ja, also, was willst du? Na super, ne Trantute? Hallo, hörste mich? Was willst du denn nun? Ich... Ja, wer sonst? Wieso, was will ich? Ich will was? Ich mein, ich will nichts. Was wollen Sie denn? Sag mal, du stehst ja total auf der Leitung. Bist wohl Hermann der Blitzmerker, wa? Ja, aber, aber wieso liegt denn so eine Flasche einfach auf der Straße rum? Achso, na ja, ähm... Alter, wollt mich einer loswerden, ja? Emotional total drüber, also völlig unklar. Aber ja, Kleiner, sag doch mal, was du willst, fünf Minuten haste Zeit für alles. Ich jetzt? Jo. Ähm... Ja... Vielleicht... Ja, vielleicht wünsche ich dem Tommi einfach mal ein bisschen mehr Freude im Leben. Der guckt immer so traurig. Der ist wirklich gut. Erledigt! Was ist das denn? Na, den hat dir dein lieber Bruder jetzt dann geschenkt. Hm? Ehrlich? Von Tommi? Ja, kannst du mal sehen. Das stimmt ja gar nicht ähnlich. Achso! Ja, das ist ja super. Ähm... Ja... Da mach ich ja gleich mal weiter. Ähm... Ich hab da so ne Nachbarin. Die Elsa. Die wollte schon immer so einen großen Motorradurlaub machen. Ich wünsche mir, dass sie den gemacht hat. Meinetwegen. Erledigt. Sag mal, bist du immer so selbstlos? Das ist ja anstrengend. Naja, ich hab ja alles. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Obwohl. Doch, ich hab da was. Ich... Hätt gern... Bequemere Schuhe. Mann! Die drücken so. Erledigt. Wow! Super! Wirklich voll bequem. Vielleicht kann man da auch was wegen der Elsa machen? Dit läuft wohl nicht so, Jans, wie die gerne hättest, wa? Ja, vielleicht... Na, ich würd halt gern mal wissen, was die Elsa so mag. Aha. Also quasi als ihre Freundin. Erledigt. Oh! 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 Das ist ja verrückt. Da muss ich doch gleich mal... Wie mach ich das denn jetzt mit der Elsa? Ach, dit wird schon. Du bist doch schon die Brautjungfer. Braut was? Die heiratet doch jetzt, den Johannes. Johannes? Johannes? Was denn für ein Johannes? Na, ich glaub, ihr habt den früher immer Mützi genannt. Den Mützi? Ja! Das ist doch so ne Bohnenstange. Aber wieso heiratet denn die jetzt plötzlich? Äh, also die hab ja nur auch keinen Spinner mehr, auf den sie hätte warten können, ja? Und da war eben der Bohnenstangen-Mützi besser als nischt. Verstehste? Hm? Jetzt kiek mal nicht so an, ja? Ich hab mir das nicht gewünscht. Nee. Nee, ich will das alles nicht mehr. Zurück! Zurück! Ich will zurück! Zurück auch als Mann! Ich will zurück als Mann! Los! Meine Güte! Erledigt. Und was ist jetzt mit der Elsa? Ach, mit der ist alles gut. Ach, und von dem Motorradunfall hat sie sich auch längst erholt. Motorradunfall? Alles wieder weg! Ich... Ich will einfach nur der Herrmann sein. So wie vorher. Ach, wirklich? Ja! Überleg dir das gut, ja? Du hast nur noch ne halbe Minute. Und irgendwie bist du ganz schön wechselhaft. Und ich will auch gleich dieses ganze Treffen hier ausgelöscht haben. Sowas Unerhörtes! Ich brauch überhaupt nichts. Und sie tauchen hier einfach ungebeten auf. Na, 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 na. Ganz schön aufbrausende Temperament, mein Süßer. Aber irgendwie niedlich. Und ungebeten bin ich ja schon mal ja nicht. Das wollen wir mal klarstellen. Aber wie du willst. Die letzten fünf Minuten sind nie geschehen. Wenn er aufgeste, kannst du nicht mit dem Arbeit, weil er mich auch feiner nitsch, nicht ohne reichen. Wollen wir doch mal sehen. Was ist denn hier für ein Biss? Na, super. Ja! 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 Ja!